Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 19. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1251. Heute mit den folgenden Themen Action 3, Snapchat, SpaceX, Android, ColorOS 13, Stadia und Adobe. Ich starte gleich mal mit dem Action 3, dem DJI Osmo Action 3. Nachdem GoPro seine neue Action Cam vorgestellt hat, kommt auch DJI mit seiner Version hintend nach. Ein extremer Akku mit Schnellladefunktion und einer vertikalen Aufnahme. Das sind kurz gesagt alle Eckdaten, die das neue Teil ausmachen. Ihr gehabt den Akku mit 1770 mAh, der Extreme-Akku genannt wird und schnell aufgeladen werden kann. Obwohl schnell immer eine fragende Definition ist. Dafür kann er bis zu minus 20 Grad filmen und genutzt werden. Was ja nicht ganz verkehrt ist, wenn man den Winter bedenkt, der langsam aber sicherlich vielleicht auf uns zukommen wird. Also er kommt sicher, aber wie kalt er wird, ist die andere Frage. Was hat es sonst noch drin? Ja eben, man kann hochkant filmen und das ist in Zeiten von diesem Social-Media-Zeugs, was man hochkant konsumiert, natürlich nicht ganz verkehrt. Nicht ganz verkehrt ist, wenn Hersteller von Apps, Entwicklern Dinge bringen, die auch im neuen Betriebssystem drin sind. So zum Beispiel in iOS 16 gibt es ja neue Möglichkeiten, wie dem Sperrbildschirm-Widget-Funktion und eine solche möchte in diesem Herbst noch Snapchat ausliefern. Auch Chat-Shortcuts, das würde ich mir bei einigen anderen Apps auch wünschen. Das ist quasi ein Shortcut, mit dem ihr, oder einfach gesagt, eine Sortierfunktion. Ihr könnt nämlich auswählen, dass die noch nicht beantworteten Nachrichten zuoberst angezeigt werden und solche Geschichten. Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund kein Geräusche, also kein Lüfter, denn ja, mein Computer, der noch einen Lüfter hat, tut das aktuell ziemlich stark. Der Grund kommt nachher gleich. Ein grosser Meilenstein gibt es für SpaceX. Elon Musk und sein Starlink-Unternehmen haben bekannt gegeben können, dass jetzt sieben Kontinente inklusive der Antarktis mit Internet versorgen können. Somit ist der komplette Planet in Groben abgebildet und man kann fast überall Internet ausliefern. Das sind natürlich tolle Neuigkeiten, denn man hat schon erwogen, nach Nordkanada und in die Antarktis Glasfaser zu legen. Doch das wäre ziemlich teuer, wenn man bedenkt, wie wenig Menschen da leben und wie verzettelt, dass die teilweise auch da sind. Somit käme so eine Lösung wie von Starlink natürlich deutlich besser. Was durch die neuen und vielen neuen Satelliten auch gekommen ist, ist eine stetige Breitbandsteigerung. Da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch so entwickeln wird bei Starlink. Google muss jetzt bezahlen. Nachdem sie schon im 2015, glaube ich, mal eine Klage bekommen haben wegen Monopolstellung, geht jetzt eine zweite Klage einher wegen Monopolstellung bei Android. Hersteller müssen nämlich sie dazu verpflichten, damit sie die Nutzung und die Lizenz zur Playstore-Freigabe auf ihrem Smartphone bekommen. Google Search oder der Browser Chrome vorinstallieren und noch einen ganzen Haufen anderer Apps und die auch der richtigen Reihenfolge und Prominent vorne und so weiter und so fort platzieren. Dazu kommt eine Antifragmentierungsvereinbarung. Man darf keine anderen Betriebssysteme auf dem Smartphone mit anbieten. Da ist ja der ein oder andere Hersteller darüber gestolpert, die vor vielen Jahren damals Windows Phone und Android gleichzeitig ausliefern wollten. Und noch eine dritte Vereinbarung über die Teilung der Einnahmen. Genau, so rum. Und deshalb hat man jetzt wiederum Google verknackt und zwar zu einer Geldbuse in Höhe von 4,343 Milliarden Euro. Der höchsten jeweils verhängten Geldbuse von einer europäischen Wettbewerbsbehörde. Finde ich heftig, aber wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Wir werden sehen, wie es da weitergeht und welches die nächsten Klagen sind. Ich denke, da sind noch andere mit auf der Klagebank. Und jetzt kommt der Grund, weshalb es im Hintergrund vielleicht ein bisschen lüftet. Ein Video, was ich gerade am Exportieren bin zu Oppo Color OS 13. Den ersten Erfahrungen der neuen Funktionen. Das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich werde es dann auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens verlinken. Ja, das Update ist angekommen und gleich Rückruf an der Stelle, wenn man weiss, wie und oder über Beta geht. Aktuell für alle draussen ist es noch nicht. Es wird sowieso erst für die Find X fünf Geräte kommen. Dann kommen später andere hinten nach und monatsweise wird das Ganze gestaffelt. Das kann sich beim ein oder anderen Smartphone-Modell auch noch Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis ins nächste Jahr, im Frühjahr und Sommer hinaus zögern. Aber ihr könnt euch schon mal die neuen Funktionen anschauen. Das Update wurde nämlich für das Find X5 Pro. Für die folgenden Länder aber auch da nicht voll, sondern auch nur teilweise und rollierend rausgerollt. Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Australien und dann kommen wir ein bisschen näher, Frankreich. Und genau, Frankreich ist das Stichwort. Darüber habe ich es bekommen. Und nein, ich war nicht schon wieder im TGV, aber dazu ein anderes Mal mehr. Stadia-Abonnenten, und zwar diejenigen, die Pro sind, also dafür bezahlen, die bekommen eine native 1440p-Streaming-Option. Das heisst, ihr könnt ab jetzt in der Stunde 14,4 GB Daten durchschleusen, um ein besseres, ein genaueres, ein stabileres, ein schöneres Bild beim Gamen zu bekommen. Ich werde es bei mir gleich aktivieren, sofern ich es schon aktiviert bekommen habe. Ich gehe mal nachschauen. Aber vorher noch ein Thema, nämlich Adobe und die haben sich Figma gekauft oder möchten das kaufen. Das ist eine kleine Firma, die sich vor kurzem, 2016, gegründet hat und die sich eine Kollaborationssoftware erstellt haben, wo man Prototypen im Bereich UX und UI-Design enttüfteln kann. Das konnte Adobe anscheinend nicht selbst so umsetzen, wie sie möchten. Oder ihnen wurde die Gefahr von Figma zu gross, deshalb hat man es aufgekauft. Kann man machen, würde ich doch sagen. Mal schauen, ob es da noch irgendwelche Einwände gibt. Ansonsten, wie das Ganze integriert wird, gemeinsam ineinander fliessen wird und oder nicht, wird sich sicherlich zeigen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch einen schönen und guten Start in den Tag und in die Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.